Leute, es gibt mal wieder einen richtig heftigen XP-Clitch und will doch schnell zu leveln in der Season 3 in Chapter 3. Dafür, Freunde, tragen wir einfach diesen Ins-Code hier ein, 331613357715. Weiter, wenn du heute neu bist und du keinen einzigen XP-Clitch mehr verpassen willst, dann abonniere noch gerne den Kanal und aktiviere Glocke, denn ich leade immer die Neusten völlig hoch. Jetzt, Freunde, hier ganz normal privates Match einstellen und erstmal ganz normal in die Map reingehen. So, Freunde, kommentiert und gerne alle so offen möglich euren Epic-Name in die Kommentare, dann könnt ihr mit viel Glück was gewinnen. Jetzt kannst du mal hier aufs Spiel starten klicken, dann, Freunde, laufe zuerst einmal rechts per Exit rein, jetzt machen wir hier einmal Tag bei Clear. So, Freunde, jetzt laufen wir hier einmal kurz in die Ecke, müssen einmal auf den geheimen Button draufklicken, einmal kurz hinlaufen, dort klickt ihr einmal auf euren XP genau hier oben. Und jetzt, Freunde, bekommt ihr schon AFK, unendlich XP, wie ihr sehen könnt, Freunde, bekommt ihr zu 100% XP, könnt ihr auch hier unten sehen. Nehmen wir einfach chillen, bis Netflix, siehst das. Und, Freunde, das war es schon mit dem heutigen XP-Glish-Video, kommentiert gerne mal in den Kommentaren, Freunde, ob der Klisch noch geht oder gepatcht wurde. Und jetzt, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss. Tschüss.